Ja, ein Spicer. Wir werden dort einen riesigen Garten durchlaufen. Was bringt das? Ich nehme das um ganz links, wie ich bin. Sind da viele Fallen oder sonst irgendwas drin? Es sind einige Bläser. Geld lassen, ne? Ja, lassen auch. Wie ich bin detectiert? Ja. Alter, 100. Ey, der Treppen. Finde gar nicht. Ey, der ist ein Bomben-Ding. Kommt unten. What the fudge? Ja, genau. Steht schlitten in Kaminze. Egal, soll ich nichts mehr zeigen. Ja. Hä? Was macht das eigentlich? What the fudge? Schau mal, ist das normal so? Nope. So cool. Wir lassen einfach mal sagen. Schau mal. Ach, 10 Meter. Keine Ahnung, was gegen ist. Hey! Das war ein Zufall. Wo bist du? Ja, du bist noch nicht. Ja, keine Ahnung. Das war irgendwo unter, oder da. Ah, ich bin doch weg. Nein, ich bin doch in meinem Vorhof. Was in mir da. Ich denke, alle haben auch noch sehr nah. Dramen. Und zu Meter. Und das bist du. Machst du das? Also! Was hast du denn? Ich mach' ein Bani-Hobbing. Ich geh' unter die 7 Mali. Ja. Nur Tessa. Ja, Tessa. Das ist die Weisung. Nein. Ich bin im Old X-Bahn. Nein, es gibt's. So, dass ich mit dir's brauche. Ja, ich find's dir nicht mehr so weiter. Machst du um die halbe... Ja, ich geh' in den Haub. So recht. Äh, bin ich ja jetzt. Was du im U weißt? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' den ein bisschen... Das ist das für mich, ob es mir... Ich hab' den ganzer Teil nicht mehr ausprobiert. Haha! Das ist so toll. Ich stau' den Tipp aus vonem Bani-Hobbing. Schau' die ganze Zeit nicht mehr ein. Nicht schlecht. Oh! Hörst du alles bei mir und sorgli! Objektiv ein Ding macht und dann halt die Aufführung wegpuscht das werden! Hörst du jetzt! Hörst du alles beim Gegenzug? Ja, ich hab keine Ahnung wie das ich komme, oder? War ja nicht schlecht, oder? Ah, ich muss ja durch das hier, durch das ist die Projekt, oder? Ja, jetzt sagt man auch nicht hier! Ah, geil! Hey! Ich komm mit dir nach! Super! Das Ding war ein Tumor, mit mir in den Reisenhaus! Wow! Ach, scheiße! Das ist lust! Das Ding ist so... 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 Das Ding ist... Was ist das denn eigentlich? Ja, super, das ist das nächste Objekt. Ich finde das Treppenhaus besser. Links. Dann gehen wir mal links. Und? Jetzt bin ich mit dem Innenhof. Treppenhaus! Jetzt bin ich gleich für irgendetwas explodieren und in der Luft geöffnet. Ja, ich geh nochmal. Ich geh jetzt einfach mal durch. Ah, Dinger. Wo bin ich? What the fuck. Genau. Der Paus in die Lüftung schockt. Ja, der Dingle ist halt automatisch drin. Irgendwer. So eine Wohnung oder so. Ah, genau. Probier's, ey. Aber ich kaufe eure Scheißstücke mit. Das Lüftchen geht. Ich brauche das. 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 Komm, dann lass ich mir was im Detektivieren. Der steht von mir. Hallo? Was ist das? Ja. Hast du das? Ja. Ich brauche das. so ein Kofokal so ein Kofokal mit ist sind dazu aus Das ist normal. Das ist normal. Das ist die Mutterfühle. Das ist die On-Gehäckte. On-Gehäckte. Das ist die Botanze. Das ist die Botanze. Die Käckte. Was soll das denn sonst nicht? Iteration. Was ist das hier? Hey, wo ist das eigentlich? Warte mal so. Ich brauche nicht die Maschette. Wo bin denn ich? Wo bin ich denn? Ich habe noch keinen Sinn. Das ist einfach nur die Draftsicht. Ja. Hup. 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 Bock ist die Nächste. Da muss ich es vorliegen. Ich bin eigentlich das K.O.L.B. Hup. 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 Ich bin mir geschlagen. Ich bin mir geschlagen. Ich bin mir geschlagen. Ich stelle kein Dorn zusammen. Mach den Ball. Der liegt unter mir. Es gibt die Sau. Was machst du jetzt? Komm... Lass uns wie. Oh, es kommt wieder auffang. Das ist für mich. Hähähähähähä.. Wie? Sieht jetzt kurz... Check es nach. Ich glaube, ich habe das ganze.. Das ist ein Blödsinn, aber da haben wir ein Problem. Wer? Ja, das ist ein Blödsinn. Ja, ich... was soll? Jetzt bin ich wieder irgendwo auch gespannt. Dass ich gar nicht so rausgehen würde. So viele Dinge erwünschen. Warte mal. Gar nichts. Dann bin ich einfach irgendwo was einreden. Ich konnte nicht die Büchsen wahrscheinlich machen. Ja! Garantin. Gib mir den rein. Jetzt sieht der Aussicht noch nicht mehr zu mir. Runter, das ist gleich mal raus. Congratulations. You made it. Woah. Woah. What the fuck? Ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist gleich mal her. Ich weiß es wie ich sie jetzt rauskriegen würde. Ich weiß es auch nicht mehr so. Aber ich habe zwar auch noch die Masse, aber... Ich weiß es auch nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht mehr so richtig aus. Ich weiß es nicht mehr so gut. Ja. Mit dem Geld? Das ist falsch, oder am Boden? Meinst du, das ist nicht ganz tot? Scheiße! Das hat sich wirklich stürmer geworden. Wie echt denn das? Jetzt hat er gleich reingelassen. Schön. Ach du! Das hätte noch eine Sekunde dauert. Noch als ich so einen Duft geachsen. Jetzt kommt die Lunge. Jetzt kommt die Lunge. Oh! Was war heute? Wo los? Wo ist denn der Buster? Du? Du merkst schon gescheit. Seit wann? Oder eine Woche? Ich habe nur seit letzter Woche. Seit letzter Samstag. Aber es gibt schon wieder... Es gibt schon wieder...